Musik Der allergrösste Teil unserer Kunden kommt schon mit einer Idee im Kopf zu uns. Und da gibt es auch individuelle Farbwünsche, wo ich denke, ein goldiger Boden. Wer will den goldiger Boden? Und das ist mega spannend, weil jeder ist anders und jeder hat komplett andere Vorstellungen. Und unsere Aufgabe ist nachher, die passenden Materialien dazu zu finden. Also man könnte es schon marginell machen, aber es ist einfach nicht die Gleichung. Du denkst, jeder Boden ist ein Unikat. Und es macht einfach wirklich Spass, wenn du Kunden Wünsche erfüllen kannst. Spezielle Wünsche, die du nicht einfach überall überkommst. Wir haben drei verschiedene Sorten. Parkette, vier verschiedene Oberflächenstrukturen, die wir anbieten. Und zu all dem aber drauf noch 44 verschiedene Farben. Und dann kann man natürlich schon etwas kreativ wüten. Und jeder hat genau die gleichen Möglichkeiten. Ob das 15 Quadratmeter oder 1500 Quadratmeter sind. Aber das Ziel ist ja schon, dass es perfekt aussehen muss. Es muss schön aussehen. Das hat dann einfach mit der Qualität natürlich auch noch zu tun. Also, dass du einfach wirklich genau unter den Boden legen kannst. Und mit dem genau gleichen Material direkt steigen auf. Ich meine, irgendetwas noch hin zu laufen, das kann vielleicht noch Mengen. Weisst du, wir haben die Freude an der Arbeit. Und wir beginnen dort an, wo andere aufhören. Also, das Produkt bei uns schaust, das sind alles Spezialitäten. Und wenn sie machen, nein, so gut, das gibt es auch. Hey, super, und schau mal das Material. Also, das haben wir nicht gewusst. Und da haben es Freude die Leute, dass du wirklich in allem eine gute Beratung abliefern kannst. Also, das ist natürlich für einen Hund cool, dass er wirklich mit jedem Wunsch zu uns kommt. Und wir können das so ausführen, wie er es gerne möchte. Und die Freiheit finde ich genial. Ich denke, dass du dich – das hier inzwischen auch mit mir willst, Es ist nicht so ausführen und nicht so ausführen,